W. Ich wollte mit dir reden. Kriegst du kalte Füße? Ja, aber das hat nichts mit dem Konvoi zu tun. Womit denn dann? Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten hab. Aber warum hilfst du mir? Ich mach das nicht umsonst. Ah, also für mehr Waffen, hm? Ja, das auch. Ich bin mir sicher, wir finden was nach deinem Geschmack. Okay, gehen wir zurück zu den anderen.